Der Predigstext steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47, das ist die Neugentferübersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich bitte dich für Thorsten, dass du ihn segnest, dass wir das hören, was du uns heute sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du durch ihn zu uns sprichst und dass wir offene Herzen und offene Ohren haben. Amen. Was haben diese fünf Personen hier mit der GEWO zu tun? Also sie haben sich nicht zur GEWO angemeldet und sind dann nicht gekommen, sondern was sie fünf mit der GEWO verbinden, mit der Woche, die ihr erlebt habt, ist Abenteuer. Alle fünf, die ihr hier seht, haben große Abenteuer erlebt, zum Beispiel Berge bestiegen, die Welt umrundet. Und wir haben das ja gehört, bei der GEWO war Abenteuer das große Thema. Abenteuerland bereit zu leben. Und da ging es um ein ganz besonderes Abenteuer. Es ging jetzt nicht darum, eine Bergbesteigung oder so etwas, sondern es ging um das Abenteuer des Lebens, Abenteuer eines Lebens mit Jesus. Das war das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt habt. Und manche von euch sind vielleicht in den vergangenen Tagen in dieses Abenteuer aufgebrochen. Andere von euch schon länger unterwegs sind in diesem Abenteuer. Und manche, die zögern auch und überlegen, soll ich mich wirklich darauf einlassen? Will ich wirklich losgehen? Diese fünf Leute, die haben ganz unterschiedliche Abenteuer erlebt. Aber es gibt eine Sache, die sie alle fünf verbindet. Da ist zum Beispiel Charles Lindbergh, ganz oben rechts. Er war ja der erste Mensch, der allein den Atlantik in einem Flugzeug überquert hat, nonstop von Paris nach New York. Dann haben wir unter ihm Laura Decker. Sie war die jüngste Frau, die jemals allein in einem Segelboot die Welt umrundet hat. Und die junge Dame in der Mitte, das ist Sarah Rutherford, sie hat das Gleiche als jüngste Frau allein in einem Ultraleichtflugzeug gemacht, einmal die Erde umrundet. Und dann ist da unten in der Ecke, das ist Colin O'Brady. Er war der erste Mensch, der allein nur mit Muskelkraft die Antarktis durchquert hat. Und oben dann noch Joost Kobusch. Er hat als erster den Nang Pai bestiegen, den kennt jeder wahrscheinlich, ich kannte ihn nicht, aber es war der bis dahin vierthöchste unbestiegene Berg der Erde. Und er hat es allein geschafft. Allein, das ist das, was diese fünf Leute verbindet. Sie waren in ihren Abenteuern oder auf ihren Abenteuern allein unterwegs. Sie waren auf sich allein gestellt, sie haben es allein geschafft. Und wenn ich das so lese, dann finde ich das immer total beeindruckend, wenn Menschen solche Dinge schaffen, da monatelang alleine unterwegs sind und sie niemand anderen brauchen, das sind doch wahre Helden. Das sind doch die Menschen, die wir bewundern, die dann Auszeichnungen kriegen, die in die Annalen eingehen. Aber so beeindruckend das ist, für Gott ist allein überhaupt kein Wert. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist nichts für ihn, was erstrebenswert wäre, sondern das, wonach er sich sehnt, um was er schenken möchte, ist gemeinsam. Gemeinsam. Das ist es, was er feiert. Und das wird deutlich in dem Abschnitt, den wir gerade eben gehört haben. Dort sehen wir, wenn Menschen in ein Leben mit Jesus starten, dann beginnt ein Abenteuer und das geht dann so richtig erst los und weiter. Aber das geht nicht allein weiter, sondern gemeinsam. Man könnte diesen Abschnitt also vielleicht so überschreiben, das Abenteuer geht weiter in einer außergewöhnlichen Gemeinschaft. Ich habe so gedacht, was ist das Besondere an Herr der Ringe? Es sind die Gefährten, es ist diese Gemeinschaft, das Miteinander. Und das hat uns ja gerade die Corona-Zeit doch besonders gelehrt, wie wichtig und wertvoll Gemeinschaft ist. Davor hatten wir das vielleicht so ein bisschen aus dem Blick verloren und war das irgendwie selbstverständlich. Aber wenn man es dann nicht mehr erleben kann und es immer heißt, wir bleiben zu Hause und Abstand halten, dann merkt man erst, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie gut das ist. Und wie großartig war es, nach über zwei Jahren endlich wieder eine richtige Gebo haben zu können. Eine Woche gemeinsam leben, gemeinsam essen, feiern, Spaß haben, Sport machen, singen, tanzen. Und ich hoffe, dass so wie ihr von der Gebo schwärmt und euren Freunden und Geschwistern sagt, warum kann nicht das ganze Jahr Gebo sein und das nächste Mal, da musst du unbedingt auch dabei sein, genau so schwärmt auch Lukas hier in der Apostelgeschichte von Gemeinde. von dieser Gemeinschaft, mit der wir gemeinsam dieses Abenteuer erleben können. Und Lukas ist ganz realistisch, das ist keine perfekte Gemeinschaft. Er berichtet uns ein bisschen später auch von Problemen und Konflikten, das gehört auch dazu. Und dennoch ist es eine außergewöhnliche Gemeinschaft, ein Geschenk, etwas absolut Erstrebenswertes. Und das möchte er uns hier vor Augen führen und uns das schmackhaft machen. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, vielleicht ist für dich diese Gemeinschaft eher so etwas, so ein nice to have. Das ist schön, wenn man es hat und wenn man es nicht hat, ist auch nicht so schlimm. Und wenn das so ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die anderen Dinge wichtiger sind. Dass du zum Beispiel sagst, ja, also mir ist es wichtiger, im Beruf oder in der Schule voranzukommen. Und wenn da noch ein bisschen Zeit übrig bleibt für Gemeinschaft und ich das erleben kann, ist auch gut. Aber Hauptsache, ich komme in der Schule und im Beruf voran. Oder Hauptsache, ich kann meine Hobbys pflegen. Am Ende solch einer Zeit wie der Gebo, das ist ja so, dass man oft am liebsten zusammenbleiben würde, gar nicht auseinander gehen möchte und das zeigt sich dann meistens auch so, zumindest war es in den letzten Jahren so, dass dann am nächsten Freitag, in den 16. auch viele wiedergekommen sind, weil man sich unbedingt wieder treffen möchte. Aber mit der Zeit, das ist auch zu beobachten, da verflüchtigt sich das immer mehr und irgendwann ist bei dem einen oder anderen, setzt dann so dieser Prozess ein, dass man jede Woche neu überlegt, habe ich heute Abend Lust, da hinzugehen? Oder mache ich doch lieber was anderes? Also anders ausgedrückt ist die Frage, ist Gemeinde wirklich so erstrebenswert? Geht es nicht auch ohne diese Gemeinschaft? Die ersten Christen hätten bei dieser Frage gesagt, wie kommt ihr überhaupt auf diese Idee? Für sie war das absolut wichtig, das ist gerade ganz oben auf der Prioritätenliste. Lukas sagt, sie haben beständig daran festgehalten. Und Jesus möchte, dass wir auch das, auch wir das entdecken und auch sehen, in was für eine außergewöhnliche Gemeinschaft Jesus uns stellt, wenn wir uns auf das Abenteuer mit ihm einlassen. Er möchte, dass wir uns auch danach ausstrecken und dass wir sagen, ich will dazugehören, ich will ganz dabei sein, ich will mich dafür investieren. Was ist an dieser Gemeinschaft so besonders und außergewöhnlich? Das Erste, was Lukas uns hier sagt, ist eine lernende Gemeinschaft. Er sagt hier in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Die ersten Christen, die waren ja gerade eben erst zum Glauben gekommen und die haben sehr schnell gemerkt, wir wissen so vieles noch nicht, wir haben so vieles noch nicht verstanden und wir wollen diesen Jesus noch besser kennenlernen. Wir wollen noch mehr verstehen, was er uns zu sagen hat und was das für unser Leben bedeutet und wie wir ihm nachfolgen können. Und die Gemeinde war der Ort, wo dieser Hunger gestillt wurde, dieser Hunger nach mehr, Jesus mehr kennenlernen, ihn besser verstehen, das im eigenen Leben zu erleben. Sie wurden in der Gemeinde von den Aposteln unterwiesen und die Apostel, die haben ihnen das weitergegeben, was sie von Jesus gehört und gelernt haben, was sie an ihm gesehen haben und was das, haben ihnen dann erklärt, was das für das Leben bedeutet. Wir haben heute zwar kein Apostel mehr, aber wir haben das Neue Testament und dort ist genau das festgehalten, was sie damals von Jesus gehört und gelernt haben, was das für uns bedeutet, welche Konsequenzen das für unser Leben hat. Das heißt, wir haben Gottes Wort und das macht Gemeinde zu einer einzigartigen Gemeinschaft in dieser Welt. Hier steht nicht im Zentrum, was wir denken, welche Erfahrungen wir haben, was wir für gut und richtig halten oder was um uns herum gedacht und geglaubt wird, sondern es steht das im Zentrum, was Jesus uns sagt in seinem Wort. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können, gemeinsam lernen können, mehr von ihm lernen können. Wir können gemeinsam lernen, darauf zu vertrauen, auf das, was er uns sagt und unser Leben dem unterzuordnen, daran auszurichten. Und deshalb ist zum Beispiel in unseren Gottesdiensten so viel Raum für die Predigt, für Schriftlesungen oder in den Kleingruppen, in den Families, nehmen wir uns deshalb Zeit zum gemeinsamen Lesen in der Bibel und darüber nachdenken, wo finden wir das sonst noch in dieser Welt? Wo gibt es das sonst noch? Dass man gemeinsam auf Gott hört. Manche sagen ja, das brauche ich nicht. Ich kann ja auch alleine glauben. Ich brauche niemanden, der mich lehrt. Und wenn ich mal wirklich Bedarf habe, dann gibt es ja das Internet, da kann ich mir dann auch eine Predigt angucken. Aber wer meint, niemanden zu brauchen, von und mit dem er lernt, der läuft Gefahr, seinen eigenen Glauben sich zurechtzuzimmern. Der läuft Gefahr, Lehren aufzusitzen, die nicht zu Jesus, sondern von Jesus wegführen. Der läuft Gefahr, falsche Wege zu gehen, weil Korrekturen, Ergänzungen fehlen. Wir werden nie alles alleine entdecken und verstehen. Und so gut die vielen Predigten im Internet sind, auch da, das kann es nicht ersetzen. Es fehlt immer eine Ebene, und das ist die ganz persönliche Ebene, dass man sich kennt, dass man im Kontakt ist. Wenn es nur um Informationen ginge, wäre das Internet super. Aber es geht um unser Leben. Es geht um Veränderungen. Es geht darum, in unser Leben hineinzusprechen, ermutigt zu werden, korrigiert zu werden, ermahnt zu werden, neu ausgerichtet zu werden. Und dazu brauchen wir einander. Und deshalb ist diese lernende Gemeinschaft so etwas Besonderes und so etwas Wertvolles. Und das Zweite, was diese Gemeinde so außergewöhnlich macht, sagt Lukas dann, ist, sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Begriff Gemeinschaft verbindet. Kaffee trinken und sich nett unterhalten nach dem Gottesdienst. Einmal in der Woche sich für zwei Stunden treffen, um Gemeinschaft miteinander zu haben und dann geht jeder wieder für sich in seinen Alltag. Gemeinsam, so wie jetzt, in einem Raum sitzen. Ihr sitzt alle schön nebeneinander. Wir haben Gemeinschaft. Das ist das. Oder eine Woche Gewo zu haben, gemeinsam zu übernachten, ganz viel Spaß zu haben. Das sind alles gute Dinge. Aber wenn hier von Gemeinschaft die Rede ist, dann geht es um viel mehr. Es geht viel tiefer. In der Übersetzung, die wir gerade eben gehört haben, da ist das so wiedergegeben, da ist von dem Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft die Rede. Man könnte sagen, es geht hier, das Besondere an dieser Gemeinschaft ist, dass es eine Gemeinschaft ist, die das Leben miteinander teilt. Darum geht es. Das Leben miteinander teilen. In Höhen und Tiefen, in Freude und Leid. Und Lukas beschreibt es da ein bisschen später, in Vers 44 und 45 und sagt da, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Das heißt, diese Gemeinschaft, das ist keine Gruppe von Individualisten, wo jeder für sich lebt, wo jeder nur sich um sich selbst dreht und jeder nur fragt, ja, was habe ich davon, was bringt mir das? Es ist keine Gemeinschaft von Menschen, die sich gelegentlich mal treffen und irgendwas gemeinsam machen und ansonsten ihr eigenes Leben leben. Sondern hier heißt es, sie sind zusammen. Sie sind miteinander verbunden. Und das hat sich darin gezeigt, dass sie ihr Leben miteinander geteilt haben, dass sie ihr Leben geöffnet haben und berichtet haben, ich habe hier Probleme, ich bin in Schwierigkeiten, ich weiß nicht mehr, wie wir morgen Essen kaufen sollen. Und die anderen haben überlegt, wie kann ich jetzt in dieser Situation helfen? Und das hat dazu geführt, dass manche einen Teil ihres Besitzes verkauft haben, um anderen zu helfen. Und so hat man Leben miteinander geteilt. Und sie haben das damals nicht getan, weil sie dazu verpflichtet gewesen wären. Sie mussten nicht am Anfang irgendwas unterschreiben, wo drauf stand, ja, jetzt gehört all dein Besitz der Gemeinde, sondern das ist aus Dankbarkeit erwachsen. Sie waren dankbar für das, was Jesus ihnen gegeben hatte und sie wollten genau so geben, wie Jesus sie beschenkt hatte. Und diese Dankbarkeit kann auch bei uns dazu führen, dass wir uns gegenseitig mit dem unterstützen, was wir geschenkt bekommen haben. Dass wir die unter uns unterstützen, die in Not geraten. Vielleicht auch in den aktuellen oder in den nächsten Wochen und Monaten durch die steigenden Energiepreise, die Inflation. Diese Dankbarkeit kann dazu führen, dass wir einander mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo andere überfordert sind. Oder wo wir uns Zeit nehmen für andere, um ihnen zuzuhören. Menschen, die vielleicht ganz allein sind, die niemanden haben, mit dem sie über das reden können, was sie bewegt und beschäftigt. Aber manchmal denken ja Menschen, ich kann ja auch ohne Gemeinde Christ sein, das bringt mir nichts. Aber es ist ein großer Irrtum. Fußballer können ohne eine Mannschaft nicht Fußballer sein. Da kann man ein bisschen rumkicken, aber Fußball geht nur mit Mannschaft. Und noch viel mehr geht Christ sein auch nur mit der Mannschaft, nur mit Gemeinde, mit dieser Gemeinschaft. Und in Vers 44, da heißt es ja, dass alle, die an Jesus glaubten, fest zusammenhielten. Das heißt, wir alle, die wir zu Jesus gehören, wir gehören zusammen. Wir brauchen einander. Die anderen brauchen mich und ich brauche den anderen. Und wenn ich mich aus Gemeinde rausziehe, dann fehle ich den anderen. Und ich schneide mich von der Unterstützung ab, die ich früher oder später auch benötigen werde. Das Dritte, was diese Gemeinschaft so außergewöhnlich macht, ist, es ist eine Gemeinschaft, die feiert, dass sie dazu und zusammengehören. Im Vers 42 sagt er hier weiter, sie blieben aber beständig im Brotbrechen. Und dann in Vers 46 führte das nochmal weiter aus und sagt, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Wenn hier vom Brotbrechen die Rede ist, dann denkt Lukas wahrscheinlich zunächst einmal an die gemeinsamen Mahlzeiten. Das war sehr wichtig, den Menschen damals sehr wichtig, sich zu treffen, gemeinsam zu essen und da ging es nicht in erster Linie um Nahrungsaufnahme. Die haben das nicht gemacht, weil es bequemer ist, weil man nicht selber kochen musste, sondern in der damaligen Kultur war es so, dass die Tischgemeinschaft etwas ganz, ganz Besonderes war. Wenn man jemanden zum Essen eingeladen hat, dann hat man damit gesagt, ich lade dich in unseren Kreis ein. Du darfst zu uns gehören. Wir gehören zusammen. Beim gemeinsamen Essen hat man Annahme, Freundschaft und Nähe erlebt. Beim gemeinsamen Essen, da hat man das Miteinander genossen und hat dieses Wir-Gehören zusammen gefeiert und erlebt. Und wir kennen das ja auch, wie schön das ist, wenn man als Familie zusammenkommt und gemeinsam feiert und ganzen Nachmittage und Abende am Tisch sitzt und redet. Das sind auch ganz besondere Momente. Oder wie schön es ist, mit Freunden am Tisch zu sitzen, gemeinsam zu essen, zu trinken, sich zu unterhalten, zu lachen. Und wie schön war das während der Gewo, dass nicht jeder für sich allein nach Hause gegangen ist und dass man sich hier getroffen hat und dann saß man mit den Freunden am Tisch und man hat gemeinsam gegessen und das war doch so viel mehr als nur satt werden. Satt werden, das könntet ihr auch anders, aber diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses Dazugehören, wir gehören zusammen. Und da kannst du gar ein Frühstück um 6.30 Uhr vielleicht zum Höhepunkt werden. Und genauso war das auch für die ersten Christen in Jerusalem. Für sie waren diese gemeinsamen Mahlzeiten, das war das Highlight des Tages, der Höhepunkt des Tages. Und dann heißt es hier, die konnten gar nicht genug davon bekommen, die haben sich jeden Tag getroffen. Sie haben sich gefreut, sie haben gemeinsam Gott gelobt. Warum? Weil sie dazugehören dürfen. Weil Jesus sie in die Gemeinschaft eingeladen hatte, obwohl sie Sünder waren, obwohl sie mit ihrem ganzen Leben Gott beleidigt und verletzt hatten. Jesus hatte sein Leben für sie eingesetzt, sodass sie jetzt an diesem Tisch sitzen können, dass sie jetzt Teil dieser Gemeinschaft sein können. Und jetzt, wenn sie an diesem Tisch sitzen, da zeigt ihnen das, da erleben sie das, ja, Gott hat uns angenommen. Wir gehören jetzt zu seiner Familie. Und für sie war das immer noch nicht zu fassen, dass ihnen das geschenkt worden ist. Sie konnten gar nicht aufhören, darüber zu staunen. Und wahrscheinlich haben sie auch bei diesen gemeinsamen Mahlzeiten immer wieder das Abendmahl gefeiert. Und da wurde das dann ganz besonders bewusst und haben sie sich das nochmal ganz besonders vor Augen geführt, was Jesus ihnen geschenkt hat, dass sie durch Jesus in diese Gemeinschaft mit Gott und miteinander hineingenommen wurden. Aber es gibt noch etwas, was an dieser Tischgemeinschaft besonders ist. Nicht nur, dass sie an diesem Tisch sitzen dürfen, sondern auch, wer rechts und links von ihnen sitzt. Damals war es so, dass die Leute normalerweise sich nicht mit jedem an einen Tisch gesetzt haben. In der Regel blieb man unter seinesgleichens in seiner Clique. Man hatte nur mit den Leuten Gemeinschaft, die so die gleiche Herkunft hatten, gleiche Hautfarbe, gleiche Interessen, gleichen Beruf vielleicht, ähnlichen sozialen Status. Normalerweise war es so, dass Reiche zum Beispiel nicht mit Armen zusammen gegessen haben, Juden nicht mit Heiden. Menschen, die man nicht leiden konnte oder die man irgendwie für schlecht hielt, die hat man natürlich nicht zum Essen eingeladen, mit denen hatte man keine Tischgemeinschaft. So war das damals. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Hat sich nicht so viel verändert bis heute? Machen wir noch ganz genauso. Wir neigen dazu, uns nur mit denen zu treffen, die zu uns passen. Nur wer uns ähnlich ist, wen wir mögen, der darf in unsere Clique kommen, der darf zu unserer Gruppe gehören. Wie anders dagegen ist die Gemeinschaft, in die Jesus uns stellt. Da sitzen an einem Tisch Arme und Reiche, Akademiker und Arbeiter, Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten, alle Hautfarben. Und überlegt mal, wie unterschiedlich schon ihr als Gruppe seid, was da für seltsame Leute mit dabei waren auf der Gebo. Und ihr seid durch Jesus miteinander verbunden. Damals und heute ist das absolut außergewöhnlich. Und das war damals ein wesentlicher Grund, warum das Christentum so erfolgreich war. weil man das so nicht kannte. Jesus ist der, der Menschen verbindet, die normalerweise nicht miteinander verbunden wären. Wo gibt es sonst solch eine Gemeinschaft? Und wir dürfen durch Jesus ein Teil davon sein und das gemeinsam feiern und erleben. Und das Vierte, was diese Gemeinschaft sehr außergewöhnlich macht, das ist eine betende Gemeinschaft. Lukas berichtet, dass sie auch beständig im Gebet geblieben, im Vers 42. Und was er damit meint, ist ja nicht so ganz schwer zu verstehen. Sie haben gemeinsam Gott gedankt, Gott gelobt, sie haben ihm ihre Anliegen und Nöte gebracht und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mal in persönlichen Gebeten, großen Gruppen, kleinen Gruppen, in gesprochenen Gebeten, in Liedern, auf eben ganz unterschiedliche Weise haben sie gebetet, aber das ist absolut besonders an dieser Gemeinschaft, in die Jesus uns stellt. Wir denken vielleicht, okay, gehört dazu, aber das ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich war jetzt vor kurzem bei einer Veranstaltung und dann keine christliche Veranstaltung und dann gab es einen bestimmten Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt müsste man eigentlich beten, aber wurde dann nicht gebetet und da merkt man, okay, das ist was ganz anderes, wenn wir zusammenkommen, wir kommen ins Gespräch, wir sind in der Verbindung mit dem lebendigen Gott, mit dem, der alles erschaffen hat, dem wir alles verdanken, von dem wir leben, der alle Macht in Händen hält, der den Überblick und den Durchblick hat und das bedeutet, wir müssen nicht einfach nur dem folgen, was wir selbst für richtig erachten, was wir uns jetzt so gerade überlegt haben oder wie es in dem Moment gut anfühlt oder was uns eben in den Sinn kommt, wir sind nicht auf uns allein gestellt, auf unsere Stärke, auf unsere Ideen und Methoden und wir können auch nicht nur uns gegenseitig erzählen, was uns bewegt und Not macht und einander zuhören und Mitgefühl zeigen und dann am Schluss sagen, ich wünsche dir alles Gute oder ich drücke dir die Daumen oder klopfe mir noch mal ermutigend auf die Schultern, sondern wir haben das Gebet. Wir können beten gemeinsam füreinander. Wir können gemeinsam zu Gott kommen und ihm die Dinge anvertrauen, die uns bewegen. Wir können miteinander und füreinander Freude und Leid vor Gott bringen. Wo gibt es das sonst? Und das Fünfte, warum diese Gemeinschaft so außergewöhnlich ist, es ist eine wachsende Gemeinschaft. Vers 43 berichtet Lukas, es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und dann im Vers 47 und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn Gemeinschaft intensiv und schön ist, dann neigen wir dazu, dass wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Dann fangen wir an, uns abzuschotten. Wir wollen nicht, dass da noch andere dazukommen, weil die ja diese Gemeinschaft irgendwie stören könnten. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Die Gemeinschaft, in die Jesus uns stellt, ist aber ganz anders. Und das sehen wir hier bei der ersten Gemeinde. Das ist eine Gemeinschaft, die sich jetzt nicht zurückzieht und sagt, wow, wir haben was ganz Gutes für uns gefunden und das leben wir jetzt für uns und wir bewahren und konservieren das für uns, sondern es ist eine Gemeinschaft, die in der Öffentlichkeit lebt, die ihren Glauben in der Öffentlichkeit bekennt und auslebt und die Menschen um sie herum die Möglichkeit haben, diese Gemeinschaft zu beobachten, diese Gemeinschaft mitzuerleben und zu merken, da ist etwas anders. Das ist nicht normal und das hat damals dazu geführt, dass Mitmenschen von Gottesfurcht erfüllt wurden, dass sie bei vielen diese Gemeinschaft einen guten Ruf hatte und dann jeden Tag Menschen sich Jesus zuwenden und zur Gemeinde kommen. Das bedeutet, die Gemeinschaft, in die Jesus entstellt, die wächst nicht durch tolle Marketing Strategien, sie wächst nicht dadurch, dass wir so eine tolle Gemeinde sind und ein super Programm haben, das viel besser ist als alle anderen. Sie wächst auch nicht dadurch, dass wir uns dem Zeitgeist anpassen und sagen, es ist völlig egal, was du glaubst und lebst und denkst und wie du handelst, bei uns hat alles seinen Platz, man kann alles machen, niemand muss irgendwie sich ändern oder Angst haben, dass irgendetwas infrage gestellt wird, sondern Gemeinde wächst dadurch, dass wir Jesus bekennen und dass das an uns als Gemeinschaft sichtbar wird, dass Jesus lebt, dass an unserer Gemeinschaft sichtbar wird, wie Jesus ist und was er uns geschenkt hat. Gemeinde wächst dadurch, dass der Heilige Geist im Menschen wirkt, dass er Offenheit bewirkt. Gemeinde Jesu wächst dadurch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das bedeutet aber auch, dass Jesus immer neue Menschen hinzufügt und das heißt, er stellt Menschen in unsere Gemeinschaft und das bedeutet für uns, wir bleiben nicht unter uns. Das bedeutet, dass wir unter Umständen nicht jeden kennen. Also wenn man mal überlegt, diesen Sprung, den die ersten Christen in Jerusalem mitmachen mussten, da hatten sie vor Pfingsten waren sie noch 120, die kannten sie schon eine Zeit, am nächsten Tag waren sie 3.120. Das ist Gemeindewachstum. Das ist eine Megagemeinde. Das ist nicht mehr kuschelig. Aber das ist das, was Jesus möchte, dass Menschen dazukommen können. Gemeinde ist für ihn ein Ort, wo wir immer leere Stühle brauchen für die Menschen, die der Heilige Geist dazubringt. Manchmal ist das mühsam und anstrengend, aber wie großartig ist es, zu dieser Gemeinschaft gehören zu dürfen, die keine geschlossene Gesellschaft ist, sondern dass Jesus unaufhörlich Menschen dazu einlädt und dass wir mit einladen dürfen, dass wir genauso die Arme weit ausbreiten dürfen und Menschen willkommen heißen dürfen. Wie können wir Teil dieser Gemeinschaft sein? Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist der Schlüssel. Im Vers 47 heißt es ja, dass der Herr hinzufügte, die gerettet wurden. Und wir werden durch Jesus gerettet. Jesus ist der Jesus wieder mit Gott versöhnt, der uns Vergebung schenkt. Und er ist der, der uns in diese Gemeinschaft, in die Familie Gottes einfügt, mit dazu nimmt. Das heißt, wer sich Jesus anvertraut, wer seine Botschaft annimmt, der wird gerettet und in diese Gemeinschaft eingefügt. Und deshalb, egal wer du bist, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, dann lerne ihn kennen und kehr zu ihm um, vertraue dich ihm an. Und dann wirst du erleben, dass er dich zum Teil seiner Familie macht. Und wenn du, manche von euch vielleicht in den letzten Tagen genau diesen Schritt gemacht haben, dann hat Jesus dich in diese außergewöhnliche Gemeinschaft hineingestellt. Das ist so. Ihr seid dann Teil dieser Gemeinschaft. Und das bedeutet, du musst dieses Abenteuer mit Jesus nicht allein bestehen. Du musst es nicht alleine schaffen, sondern Jesus hat dir Gefährten zur Seite gestellt. Du gehörst dazu. Und deshalb versuch nicht allein deinen Weg zu gehen, sondern füge dich selbst auch in diese Gemeinschaft ein. Und setz dich dafür ein, dass wir miteinander diese außergewöhnliche Gemeinschaft erleben können. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen und in diesem Lied, da ist auch nochmal diese Einladung zu Jesus, kommt darin zum Ausdruck und die Band kann schon mal nach vorne kommen und wir wollen aber miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen und gerne auch zu dem Lied dann stehen zu bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gemeinschaft, die du ins Dasein gerufen hast, die du geschenkt hast und was du in und durch diese Gemeinschaft bewirken willst. Und das ist so anders und außergewöhnlich und wir danken dir für all die Momente, wo wir das auch erleben dürfen und wo das auch in unserem Leben sichtbar wird und Wirklichkeit wird und wir wünschen uns, dass wir das noch viel mehr und viel intensiver erleben und wir danken dir, dass du der bist, der in unserer Mitte wirkt und dass du auch der bist, der immer wieder neue Menschen einlädt und so bitten wir dich ganz besonders auch jetzt für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, die noch nicht Teil deiner Familie sind, dass du auch zu ihnen sprichst, sie begegnest und dass du uns hilfst, sie willkommen zu heißen und Gemeinschaft mit ihnen zu leben, diese Gemeinschaft, die du uns schenkst. Herr, wir geben dir die Ehre und beten dich an. Amen. Amen.